Wann und wie viel haben sie vor ihrem Delikt konsumiert? Wenn du dich durch diese Frage überfordert oder sogar etwas unwohl fühlst, weil es dir unangenehm ist, darüber offen zu sprechen, dann solltest du jetzt genau aufpassen. Ich zeige dir heute vier Auszüge aus echten MPU-Gutachten, bei denen es unter anderem Probleme aufgrund von widersprüchlichen Aussagen zum Konsum direkt vor der Alkohol- oder Drogenfahrt gab. Herzlich Willkommen bei onMPU. Hallo, mein Name ist Manuel Kran und ich bin Verkehrspsychologe bei onMPU. Es ist keine Seltenheit, dass Kunden erst nachdem sie es auf eigene Faust versucht haben, anschließend mit einem negativen Gutachten bei uns landen und der Empfehlung einer fachlich qualifizierten Aufarbeitung ihrer Problematik folgen. Wenn Menschen jedoch überhastet und unreflektiert in die MPU gehen, kommt es häufig zu Verlegenheits- oder Falschaussagen, die in den meisten Fällen nach hinten losgehen. Vor allem bei Alkohol- und THC-Delikten spielen Angaben zum Konsum direkt vor dem Delikt eine große Rolle. Wir beginnen mal mit zwei Beispielen für Alkohol. Im Fall dieser Kundin kam es zu einer Auffälligkeit mit 1,9 Promille, gemessen um 1 Uhr nachts. Auf den ersten Blick erscheint dieses Delikt sich im moderat erhöhten Bereich im Rahmen sogenannter unkontrollierter Trinkepisoden zu bewegen. Ihre Aussagen zur Konsummenge vor der Fahrt werfen jedoch Fragen auf. Sie gab an, an diesem Abend zwei Flaschen Sekt an 0,75 Liter getrunken zu haben, was für sich genommen natürlich schon eine nicht unbeträchtliche Menge an Alkohol ist. Jedoch reicht selbst diese Menge nicht aus, um 1,9 Promille um 1 Uhr nachts zu erklären, berücksichtigt man den Trinkbeginn um 11 Uhr vormittags und damit eine Abbaudauer von 14 Stunden. Des Weiteren widerspricht ihre Trinkfestigkeit ihren Angaben zur Konsumgeschichte, in der solch hohe Trinkmengen nie vorkamen. Ihre Aussagen wirken in ihrer Gesamtheit bagatellisierend und beschönigend, was vom Gutachter schließlich als mangelndes Problembewusstsein interpretiert wurde. Ähnlich verhält es sich im zweiten Beispiel. Der gemessene Blutalkoholwert liegt zwar mit 1,63 Promille unter dem Wert im vorherigen Fall, jedoch muss man die Deliktumstände hier näher betrachten, vor allem die Uhrzeiten. Wer um 14 Uhr nachmittags mit einem derart hohen Promillewert auffällt, gerät gezwungenermaßen in Erklärungsnot. Durch die von ihm genannten Konsumzeiten und Trinkmengen lässt sich der gemessene Promillewert jedoch nicht erklären. Ebenso wie im vorherigen Beispiel muss alleine schon aufgrund des langen Zeitraums, in dem Alkohol abgebaut wurde, eine dementsprechend hohe Trinkmenge vorgelegt werden. Auch hier werden, wie der Konsum direkt vor dem Delikt, die Trinkmengen in der Vergangenheit als im gesellschaftlich üblichen Maß mit einer Höchstmenge von drei Gläsern Wein pro Anlass beschrieben, was wiederum der Trinkfestigkeit am Tag des Delikts widerspricht und das Delikt unglaubhaft zur Ausnahme macht. Die Bagatellisierung des Konsums findet sich auch in den beiläufig genannten Konsummotiven bei Geselligkeit und Entspannung wieder. Weitere Beispiele für zu oberflächliche Konsummotive findest du übrigens in diesem Video. Wie anfangs erwähnt, spielt der Konsum vor der Auffälligkeit auch bei Cannabis eine große Rolle. Das liegt vor allem daran, dass bei THC-Delikten nicht nur ein, sondern gleich drei Werte gemessen werden. Falls du genauer wissen willst, was diese Werte im Einzelnen bedeuten, empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. In diesem Beispiel haben wir eine THC-Auffälligkeit mit relativ moderaten Werten, gemessen um 18.35 Uhr. Doch auch diese Werte lassen den Schluss zu, dass der letzte Konsum zumindest noch am Tag der Kontrolle stattfand, wobei die verhältnismäßig niedrige THC-Carbonsäure kein Hinweis auf einen täglichen bzw. regelmäßigen Konsum gibt. In der Hoffnung, sozial erwünscht zu antworten, ließ sich diese Kundin in ihrer MPU zu beschönigendem Antwortverhalten hinreißen. Vor allem die Aussage, nicht bewusst unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, da der letzte Konsum bereits länger als 24 Stunden her gewesen sein soll und man sich normal gefühlt habe, ist in diesem Fall aufgrund der gemessenen Werte nicht besonders glaubhaft. Den Vogel der Unglaubhaftigkeit, wenn man das so bezeichnen kann, hat aber dieser Kunde abgeschossen. Hier ist bereits im Polizeibericht ein Vermerk zum Konsum vor der Fahrt hinterlegt, der Hinweise auf unwahres Antwortverhalten gibt. Solche, auch Schutzbehauptungen genannten Äußerungen zum Zeitpunkt der Kontrolle, stellen an sich kein großes Problem dar, da man sie im psychologischen Gespräch einer MPU offen als eben solche Falschaussagen bezeichnen und damit auch aus der Welt schaffen kann. Diese Gelegenheit nutzte der Kunde jedoch nicht und gab auch in der MPU an, er hätte zwei Tage vor der Fahrt zuletzt lediglich einmal an einem Joint eines Freundes gezogen. Aus den hohen gemessenen THC-Konzentrationen kann man jedoch eindeutig erkennen, dass der Konsum fast unmittelbar vor der Kontrolle stattgefunden haben muss. Zusätzlich muss man sagen, dass die Aussage, man habe bei einer THC-Carbonsäure von 160 Nanogramm pro Milliliter vor der Fahrt das erste Mal im Leben überhaupt konsumiert, beim Gutachter keinen Zweifel mehr an mangelnder Offenheit seitens des Untersuchten lassen. Wie du gesehen hast, kommt es nicht selten zu Problemen in Bezug auf die Trink- bzw. Konsummenge und den Zeitpunkt des letzten Konsums vor dem Delikt, vor allem wenn man ohne Vorbereitung in die MPU geht. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video helfen, solche Fehler in deiner MPU zu vermeiden und dir ein paar interessante Einblicke geben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.